servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute mit einer ziemlich krassen news wie ich finde aus burning crusade classic dort hat der erste blutelf paladin level 60 erreicht um das ganze mal einzuordnen der prepatch für burning crusade classic seitdem blutelf paladine erst möglich sind ging dienstag in den usa online und mittwoch in deutschland der boost den blizzard anbietet ist für 58 chars zwar verfügbar also kannst chars auf 58 boosten nicht aber blutelfen und rennei das heißt der musste den komplett von 0 auf 100 selber spielen er hat den parlor also dann in einem stream gelevelt es geht um den spieler tommy maize schreibt auch going for world first 60 paladin und ja ich würde mal sagen das hat er geschafft 14 stunden nur hat er dafür gebraucht wahnsinn das ist eine super faste zeit und wenn ihr euch jetzt fragt genauso wie ich das getan habe wie funktioniert das ist letzten endes sag ich mal so nicht möglich ohne die hilfe von anderen spielern die ihn dabei unterstützt haben ihr seht es hier er ist die ganze zeit oder ist er ist das es ist glaube ich nicht der stream von seinem blutelf parlor da ist er jetzt wieder drauf hier seht ihr es ein bisschen besser er war die ganze zeit in riesigen gruppen von spielern unterwegs ich glaube jetzt das zeigt jetzt nicht mehr den level prozess weil er hier auch in dem bg ist aber letzten endes kann man sagen er war in der regel in großen und kleinen spielergruppen ist beispielsweise dungeons gelaufen hat die durchgekloppt oder draußen haben ihm die leute mobs getaggt beziehungsweise er hat mobs getaggt andere leute haben die umgeklatscht so dass er dafür erfahrung bekommen hat und dadurch geht das leveln wesentlich schneller als wenn man herkömmlicherweise questen müsste ich finde auf jeden fall trotz allem mega krass ich glaube ich hätte da nicht den nerv für das ganze zu machen hier sind sie gerade bei einem scholo scholo dungeon run haben da auch gerade ein timer laufen zehn minuten also man muss ja auch mal sagen weiß ich nicht auch wenn es vielleicht auf den ersten blick einfacher erscheint einfach nur mobs zu kloppen anstatt jetzt groß keine ahnung zu questen oder sonst was es ist ja trotzdem eine sache du knüppelst eigentlich stundenlang dann nur stumpf mobs runter und ich muss da muss ich auch ganz ehrlich sagen da hätte ich nicht die geduld zu nicht die nerven und wenn du das dann schaffst und auch noch in 14 stunden von quasi null auf oder 1 auf 60 das finde ich schon krass also hut ab davor schreibt mir gerne mal in die kommentare was ihr davon haltet ob ihr das mitbekommen habt ob ihr schon einen blut elf parla beispielsweise auf classic level ein paar hatten ja schon in kommentaren geschrieben dass sie da bock drauf hatten und in diesem sinne danke fürs zusehen wenn euch das video gefallen hat lasst ein like und ein abo da aktiviert die glocke schaut auf jeden fall auch mal bei dem herrn vorbei ich verlinke euch das ganze wie immer in der video beschreibung und damit danke fürs zusehen bis zum nächsten video und reingehauen bis zum nächsten video